Hallo Leute und herzlich willkommen bei Castle Crescence Wo war was geht da? Und jetzt sind wir beim Katzenfisch Boom in your face Und wir haben ein paar Bomben gekauft Mal gucken wie gut die funktionieren Weiß ja nicht wo sind die Ah hier Die kann man im Oh mein Gott Wasser nicht benutzen Alter 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 Geiler Werb Loll Ach die kann man nur so werfen Ok dann müssen wir die eventuell Arbeite mal ein bisschen mit dem Boden Zwei Toll geil Komm auf da Hä? Oh mein Gott Ah wie mir der auf den Sack geht Weiß den auch auf Ja den musst du ausweichen Auf jeden Fall Äh jetzt kommt es Wir müssen es eigentlich immer so machen Wenn der Fellball kommt und jetzt musst du ihm ausweichen Na eigentlich musst du ihn davor locken Weil dann ähm Schießt er halt mit Kanonenball Kanonenbällen ne Und dann ist er betäubt und dann machst du ihm kurzzeitig doppelt Schaden So ist die Technik glaub ich Aha Technik aber Machst du den Ball Machst du den Ball Machst du den Ball So jetzt Bisschen in die Mitte Mitte Oh verdammt Das war vorbei Aber wir werden grad ein bisschen von einer Katze verkrügelt Ja Gefistet Wie Artig Ball Auf Komm in dein Gesicht Yes Yes Nein Doch Hä Ja perfekt Was war das denn Komm drauf 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 Ja das könnte funktionieren eventuell sogar Du solltest mal ein Heilring nehmen Nimm dir doch automatisch Naja bei mir hat das grad nicht getan Hast du was Pärchen Ich könnte ja Mitte 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 Los Weiter Komm ja Alter Das ist wirklich die Anzeige Haha fuck Das wird hart Alter Jetzt kotzt er Hast du Bällchen Nein Boah Du musst ihm erstmal ausweichen Ne jetzt kommt erstmal das Teil hier So Jetzt kotzt er Ja Sauber Oh komm schon Boah Hälfte 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 Am besten einfach ausweichen in der Phase Das schaffen wir Ich seh So Vorsicht Au 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 Alter Au Wie oft ihr noch So lange Ach genau bis ihr das gegen das Schiff Ding hinst Ok Mach du Knöllchen Ich mach Ich Ich geb ihm ein Knöllchen So Jetzt in die Mitte Ja Jetzt auch Ja Ich könnte Hä Bei mir lag das grad Bei mir lag das grad Nein Und ich komm nicht nach vorne What the fuck Er will nicht nach vorne bei mir Ja Ja Er wäscht dich grad gegen ihn dran So Jetzt in die Mitte Ne Doch in die Mitte 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 Ja dann wird er das Schiff treffen Aber Das ist ja der Sinn der Sache Nur wenn er das Schiff trifft Hört er ja auf So Jetzt Mach Knöllchen Komm schon Komm schon Schieß Oh Hä wo bin ich denn Hinter ihm oder was Keine Ahnung Unter ihm oder was Ne da Boah komm im Viertel noch Komm schon Komm schon Ein Viertel noch Mach Knöllchen Das ist bisher aber auch mit der härteste Boss ne Ja Naja Ich find der andere war schwieriger Welcher Weiß ich grad nicht Äh der 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 Dieser 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 schwarze Der schwarze Weil Da haben wir letztes Mal ja richtig lange für gebracht Ja das stimmt Das haben wir erst dieses Mal geschafft In dieser Aufnahmesession Ja gut Das liegt aber jetzt daran Dass ich jetzt mal nicht den Magier genommen hab Letztes Mal hattest du glaub ich auch einmal gewechselt Ne Ich hab erst wirklich diese Runde gewechselt Mach Knöllchen Haarball Komm jetzt down Ne jetzt noch nicht down Nächstes Mal down 100%ig Nächstes Mal down Ja Ausweichen Komm das packen wir 100%ig Das seh ich In den Führung In den Führung Wie geübten der alten Ägypter Okay Genau Muss gleich mal meinen Lichtern machen Ja ich Meine Lampe ist kaputt So Jetzt Das wird sein Untergang Ich sag's Vorbei Ja und jetzt treffen wir's nicht weißt du Das wär echt zu scheiß gewesen Jetzt Komm 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 Jawohl Jawohl Geil Supergeil Supergeil Alter Abgekommen Abgekommen würde ich sagen Abgekommen würde ich sagen Boah es ist äh Der verrückte Modus ist echt verrückt Muss ich schon mal so sagen Äh es ist nicht einfach Es ist crazy Es ist verrückt Der verrückte Modus ist verrückt Der verrückte Modus ist verrückt Ja äh Möchten wir wenden oder Möchten wir Ne wir haben erst so sieben Minuten Äh du kriegst grad was also starte ich nicht Playen wir noch ein bisschen Oh da ist er zornig Guck ihn dir an Er ist immer zornig alter Der schaut uns auch immer an Der spaß Das ist ja egal Guck mal hier ist Blut Blut Ich seh da ne Taze Ey wir können ja blocken Ich weiß noch gar nicht wie hier war Warum haben die Blut Wieso machen die solche Geräusche Ist eher die Frage Ne das ist mir Boah da kommt gleich der nächste Boss Ja dieser Was war denn das hier bei dem Das war ja auch so ein Bär Ja ja Der wirft Fischen alter Ne der Schneekönig kommt ganz am Ende Warum haten die uns eigentlich nicht Guck dir den mal an Der schraubt da an seinem Teil rum Interessant Na komm her Ja Nice Ich hab gleich wieder ein Level ab Ja Nur mir dobeld ist noch ein bisschen Coin Von hier irgendwas Hier haben wir nicht das Ach schade Ne aber das ist mal interessant Das hab ich noch gar nicht gesehen Hm Müssen wir später nochmal her schauen Das müssen wir auf jeden Fall Wir werden es eh vergessen Aber wir müssen her kommen Rein aus Prinzip Rein aus Prinzip So Alter kommt her Ihr Schweine Ihr habt Kenny getötet Äh was Oh Ach apropos Was Ich werde eventuell South Park The Stick of Truth Let's playen Das heißt eventuell Eigentlich würde ich es unbedingt spielen Würde ich auch gerne spielen Aber Eigentlich finde ich das Spielprinzip nicht so Wirklich geil Ja es ist halt ein MMO ne Es ist ja nicht unbedingt was für dich Ja das stimmt Ich liebe eigentlich South Park aber Ist es ein MMO mit Insidern Ja ich guck der South Park Da sind mir Insider ja egal Ich hab nur noch zwei Headrinkel what the fuck Boah Boah Ey Wooh Wie viel Damage hatten die gemacht Keine Ahnung 8 oder so Hm Ist ja voll gelohnt Ja Jetzt Jetzt kommt der Headbang Der Headbanger Oh nein der macht doch so ein Wirbelding ins oder? Der macht alles Oh Alter der geht aber schnell Sag das nicht Äh du Achso Achso Oh lol Wer war denn das? Keine Ahnung Oh mein Gott Der geht ja ab wie Mit Katze Ne ich leg mal auf Ja das Dieses Wirbeldinge sind natürlich ungeil Bomben bringen es leider Jetzt hab ich auch nur noch zwei Help mir doch mal mit dem Mach ich doch Sehe ich Ich weiß ja nicht ob der immer mehr beschwört aber wenn wir die erstmal down kriegen werden das vielleicht Ja er beschwört immer mehr okay Wieso ging der so schnell am Anfang? Keine Ahnung Wir haben mal ne berechtigte Frage Der geht immer noch schnell wenn wir ihn treffen würden Ja wir müssen ihn einfach nur treffen bevor er seine Attacke machen kann Ja los 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 ganz gut Los Ast rein netter Nein Komm her Kamehameha Äh Wann denn der macht Blitzschaden dabei Blitzschaden Du bist auch so ein Blitzschaden Ja hörst du das net? Das ist ein Donner Blitz Donner Blitz Genau Er ist Pikachu Siehst du das nicht? Boah Äh was was Ich bin tot? Yes Wollen wir das mal ein bisschen verkürzen hier ne? Ja ist ja eh gleich down Also das dürftest du eigentlich schaffen Nein das schaffe ich nicht Ich glaube das ist schaffe ich nicht Ich weiß schon wie Ich weiß wie das LP enden wird Ja genau so Wir haben irgendwann kein Geld mehr um uns Heiltränke zu kaufen Sehr witzig ja Sehr witzig Ach ja ist dieses Spiel Wir hätten nur ein Teiltränke kaufen können Naja Das schaffen wir jetzt eh nicht also Ich würde sagen wir spielen jetzt noch bis zum Tod Bis zum Tod Ja und dann machen wir ein folgenpäuschen ne? Ja dann machen wir ein folgenpäuschen Ein folgenpäuschen ja 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 Warum schießen die mit Fischen? Das weiß ich auch nicht vielleicht weil es bären sind nicht hast du noch nicht gesehen ich hab das schon neulich erlebt freier wildbär ja genau der freie wildbär ganz groß ich gucke mir gleich dieses minecraft spiel man auch noch mal genauer an ja das werde ich tun ich weiß nicht möge müsstest du mir eventuell mal sagen ah wenn man übrigens level ab hat hat man wieder full hp du hast ja sowieso heute abend ist so oder keine ahnung mal gucken wenn nicht kannst du mir schreiben und zeige ich dir das spiel da gibt es auch sowas wie superjump da kann man 1 gegen 1 battles machen okay und dann ist das halt so ein jump and run ja ich weiß dass du nicht gut drin bist natürlich bin ich gut in jump and runs was denn sonst okay ich habe das habe ich allerdings auch noch nicht richtig begriffen ich glaube das wird auch ganz spaß ich denke mal wir sind so jump and run mäßig auf einer für ja das kann so gut sein so auf jeden fall blättern wir den jetzt von wegen einfach drauf los 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 ich kann nicht mich lösen warum immer ich oh ich hab gewonnen no problem alter ja und spaß also wie gesagt in der nächsten folge kann ich jetzt schon mal sagen geht es weiter weil du bist auch gleich tot ohne warte oh philip hat es geschafft alter ja spiel fortsetzen ja es geht wieso teppich denn aus dem spiel raus es ist denn los alle fünf minuten oder alle zwei minuten woher ja mit seiner scheiß attacke auf den sack geht ne oh ja aber das hat dieses spiel ja so an fick dich fick dich fick dich ich hab gesagt fick dich doch das sage ich laut sage ich das alter hat da die mit ihren fischen die junge jetzt jetzt los ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn hast du ja komm her ich lauf hier schon jetzt nicht mehr jetzt hab ich ihn hier oahhhh in seiner scheiß attacke junge junge warum hast du nichts gelernt nichts gelernt alter das ist nicht dein ernst keine heiltränke was soll ich machen ja sauber oahhh oahhhh komm das wäre jetzt aber echt mies wenn wir das jetzt nicht schaffen Das ist mies Jetzt hau rauf da Mach ich doch What the fuck Einmal noch Einmal noch Einmal noch Oh ich lauf genau rein Jetzt 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 Du musst mich wiederbeleben Ja mach ich Schnell 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 Rechtsblick Du bist tot Ah fuck Fuck Alter Fuck Alter Fuck Fuck Okay Alter wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Und dann machen wir dem Typen platt Dann bashen wir ihn auseinander Ja Ja Ich hab mehr Demotion Wo willst du hin? Keine Ahnung Okay bis zum nächsten Mal Tschüss